ja herr willkommen mein name ist an die welt und ich begrüß euch zurück zu let's play king immer zwei final mix in der letzten folge haben wir zwei tollen abgeschlossen ja ich glaube ja sind zurück nach holobesch hingegangen dann sind wir in einer merkwürdigen komischen computer digitalisierten welt gelandet weil hier ist als computer und da wollten wir ein schreiben und ja dann ist es passiert hier so neue sachen zum kaufen wie ich habe kein geld dann habe ich noch mal kein geld wie termin da ich habe eine experten formel etamil welchen die brauchen experten vor mir muss ja immer den finger oben halten wird man mich loben wird man mich loben ja was habe ich jetzt gekauft angst kaufen api ok die angst merkt nicht was zum ich kann auch gucken wie donald zaubert okay gott erst ein schlüssel auch immer einen riesigen schlüssel zählen wir mal eins zu eins zusammen schlägt's geschafft Da geht's gut. beachtlich scheint war ein paar einzigartige funktionen zu verfügen begleitet euch zur raster spalte werdet jemand brauchen der als schnittstelle zu den energiekern von gericht in der tat danke tron das würde es aber du bist richtig schlecht als charakter ich meine es echt schlicht es ist echt schlecht im moment kann es ja noch ändern was weiter ist aber lieblich haben was er weiß ich nicht welche form ich hochlevel will erst mal identität identitätsdiskuss beide güter aber die karte abrufzelle kristall ist auch so ein diskus zum thema hier ich habe mich sehr dunkel an dem film mehr ich habe den glaube ich ein paar mal geguckt als kind aber ich habe ich nur an dieses rennen erinnern das ganze wohnung ist in dem film überhaupt ging wo soll ich bei tron der hauptcharakter ist also weiß hat der film tron die ist aber ich muss irgendwie ein typ gibt der tron heißt wird der hauptcharakter ist und so das werden wir machen ich glaube ja oder muss noch weiter die kernstoffe ist da ja ich weiß noch nicht wo es ist doch hier was machen dann sage ich muss das spiel machen dann kann ich ja nichts machen war sagt mir doch einer okay das ist nicht gedacht jetzt nicht die teile ist klar von der ich würde nicht aus den europäischen weil es hat mit dem mini spielen ja ich nicht ein programmieren müssen macht knack und wir haben ja strom geil bei mir zu hause da und irgendwie der strom ausfälle in letzter zeit das voll nervig soll ausgeführt ja sagt könnt ihr etwas für mich tun ich aber dachte es hat erledigt und hier ein ganz bisschen was was uns geholfen jetzt sind wir dran ist wirklich zweifelsohne user und handlungen entbehren jeglicher logik schnell zurück zur abrufzelle wo hast gleich wieder bruch in dem wir uns getroffen haben das war weil sie hat nichts mit technik zu tun aber jedes wort irgendwie so in frage zu stellen ist auch ganz schön gegen die drei folgt uns also bei drei leute das nicht den enten 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 die 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 Das war es so, was du willst du Find my user. He'll give you the password to access the DTD DTD is the name my user gave to the data space. Copies of all the original system programs are stored there, along with anything that's sensitive or restricting Is there stuff about the Heartless or Organization 13? Hmm, most likely A number of my functions were appropriated when I last took on the MCP That's why I need the password If I can get inside the DTD, I can access my original backup program and restore all my functions Then I'll be able to put this system back the way it was before the MCP got control and changed everything The way it was supposed to be A free system for you, the users Hmmmm Gee Tron, ain't the MCP one of those programs too? Do you know who it was who made it? Actually I don't know I don't know We'll just have to find your user and ask him What's his name? You mean you don't know? My user is the user of this system Anson the Wise He'll show them He'll show them Yeah, what's this about Looks like the MCP is on to us I'll keep this terminal up and running You better exit the system now Sure, but Tron Anson is He'll get to the last one Okay You're good to go Hurry Okay We have a problem Anson is Geschichte Erklären Kannst du überhaupt zu irgendein Kampf Nee Ja, geil Er schafft Was hat er gewesen? Ja, äh Da gibt's eine welt in diesem computer der diese programme leben und das heißt dann also und das kennen wir kommen wir nicht an anziehungsforschungsdaten ran oder das müssen kommen wer hat an sie weiß besiegt vielleicht finden wir es kennen wollten die haus das heißt suchen nach den nadeln im heulaufen die bitte was sucht ihr sie haben einen geheimen raum ich schätze ich sehe mich mal noch genau hier um die super starke lady es gibt eben hier auch wir tun das auch nicht da kommt wir müssen nach diesen können wir uns nicht das heißt wir haben es versprochen haben wir das ich glaube ich glaube irgendwie hinter einem bild versteckt sie waren einfach nur so da in der band hängen diese einen folgen von spongebob ich hänge so dass du ich öfter das war gucken wir uns das machen und untersuchen meine güte ehrlich ich frage mich warum zwischen einigen sachen katzen sind ehrlich was ist dazwischen das war das war ja das war ja das war ja D-T-D D-T-D What's up? Look at this. This must be the data space. The DTD. See? The door to darkness. What do you know? But, that still leaves the password. Say fellas, did somebody mention the door to darkness? Stop, Vicky. Your majesty! They should. Long time no see. Shh. The organization might be listening. You mentioned the door to darkness? Uh, yes, sir. You see, we're looking for the secret password. Password? Oh, I guess you mean like a code. Well, the door to darkness can only be opened by the seven princesses. There's Snow White, Jasmine, and Belle. Of course. What are you trying to do? With that password, we can get access to Ansem's research data. So that means you might be able to find out where he is. Stop joking around, your majesty. We already defeated Ansem. You know that. Looks like I've got a lot of explaining to do. We're listening, your majesty. Okay. But, first I've got a question. Hey, isn't Tron waiting for you guys? Uh. Don't worry, I'm not going anywhere. If those heartless attack, I'll stand and fight with everybody here. Yeah, we will too. Then let's talk more later. That's my promise. I'll see you when you get back. Und jetzt was spinet der? Ach, bevor ich es vergesse. Lass mich da eine kleine neue Kräfte verleihen, Sora. Wirklich? Oder er setzt sein und kommen. Aber sicher. Du hast so viel geleistet. Sie ist einfach als eine Art Dankeschön an. Danke, Majestät. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Tron. Also wartet auf uns, ja? Das ist fertig, Sora. Und denk dran. Sei vorsichtig. Die Meisterform, das Kommando Drive und durch die Kräfte zwei Gefährdende, die Meisterforms wechseln. Hahaha. Ja, jetzt haben wir also so viele Formen, die Wanderer werden können. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir immer fleißig einsetzen. Und da haben wir auch noch was. Boink. Ukulele Amulett rufen mit Hilfe von zwei Gefährden, was kann man rufen. Und dann stitch zur Unterstützung kommt. Dabei kann man den jetzt auch. Ja, mein Gott. Ein Moment. ja ich werde schon nicht alles hoch der meister form kann auch wenn man in dem an drive kugeln aufsammelt klein geben ein erfahrungspunkt die dicken drei da kann man in einigen welten viel besser level als hier wenn ich komme ich jetzt nicht zu level ich glaube die helfe wie kann man gut im boss kämpfen und so hochleveln ich werde wahrscheinlich meister von die weisen form werden weil die mit formen die kann man später gut hochleveln hat schon sehen wo so da wird er wo kann man nur sein nicht anfassen wofür ich sage ich alles anfassen das war ich nicht ich kann das erklären so ich liebeball ich liebeball ich liebeball ja steuerung attacke stoßblock ok links rechts fahren uns abbiegen noch nichts abbiegen ok da hat er stolz und blocken bräuchte ich habe es sonntagsfahrer lehren also ein schlag war nicht so stark und wir jetzt habe ich ein bisschen schwieriger weil ein quickel wo es schwierig war wenn man hilft der api hatte aber ist aber weg schlussendlich am besten ich muss mal ja nur gucken bei wem mann wo lang ich bin im kreislauf in welchen jahr waren wir haben welche farbe hau sann aber sein ist das ding wir haben mich doch verdammt noch mal wie viele gegnerinnen hallo besser ausgang naja erledigen können dann besiegen können aber geil gewesen sie haben ihn gezwungen internet videos anzugucken es war keine katzen videos ich weiß nicht was sagt aber ganz die vier formen sind immer mehr wir machen diese gräuße wenn man montag ja die was oder geht die herzlose in der schatten durch die meinte wenn alle mir aber wie viel muss auch bekämpft glaube ich das halte ich bekomme ja 55 sehr gut dann war es vor allem wir sehen fast ganz anders aus die form blau ist also wie lautet das kennwort schneewittchen dort röschen ist jasmin cinderella kairi alles klar ist noch die richtige reihenfolge ausfinden habe ich ja dazu funktioniert oh mein gott es hat funktioniert wir sind drin schaltet den dtd bereich vom wohnzerstand in den aktiv modus dieser prozess nimmt eine gewisse zeit in anspruch verblühen sich so lange mit einem spiel bis sie vorgang abgeschossen ist online nicht schon wieder ein spiel das ist die letzte sicherheits routine das ist kein spielvoll konzentration ich würde eigentlich die form und wir kommen immer unendlich gegner wenn wir aber nicht sicher aber ich habe zeit also ich habe zeit nicht begrenzt ich werde noch ein bisschen zeit heraus schlagen aber ich würde sagt auch hier verdammt noch mal aus wie viel gegner ja noch mal los doch vorher auch wenn er weise erst so klein geht es auch noch locker kaputt Geil Das war Produktiv ein foto finish voll die level irgendwo geholt ja weise Geil Mein weiss ich nicht schon wieder Zum Schluss zu dem DTD. Mein Gebet des System ist jetzt complete. Ich könnte so eine einfache Suche eine einfache Passwort. Was ist das? Ein Programm des Entzündungsprogramm für die Stadt. Mal sehen, wie es er funktioniert. Nein. Oh! 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 Program! You changed the password! There! That should buy us some time. Come on! Tell us what's going on! The MCP is loading a hostile program into the IO tower! What do we do? We've got to protect the user town. Let's head to the tower! Ah, is klar. 100 neue ability erlernt abilities oder? So 16 oder noch. So hat das blitzbuss und das war die. Autolimit weckt. Damit. Das ist aber nicht dabei. Daseil spricht. Das ist so eine Daseilsberechtigung in diesem Team. Das erste. Ich bin der Trance immer noch der langweiligste Charakter, die man haben kann im Spiel. Okay. Das war mal. Das war. uh. Hi. also produktiv da muss ich ja pausieren weil ich möchte jetzt die form abläuft da sage ich dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns ja nichts vorletzt der kinder war zwei pfeile mix ich bleibe zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge